so und damit spielen wir wieder okay einsatz verpasst schade wir spielen warhammer genau okay ja ja genau ist korrekt warhammer end times vermentite und wir haben noch drei missionen vor uns aus dem letzten dlc glaube ich ja ich weiß nicht in welche reihenfolge die gespielt werden sollen aber ich starte einfach mal mit diesem level das sieht irgendwie nach endboss aus aber gut es ist das erste level von links und ich arbeite mich von links nach rechts mal gucken es ist das letzte dlc und die letzten drei missionen von vermentite ich hab mal gespannt das chaos beginnt immer von rechts würde ich sagen ja jetzt habe ich links angefangen ich weiß ich sprich dafür dass es jetzt gut wird laufen wird bestimmt nun mal schauen ha der zwerg und die waldläuferin gut gelangt ins innere von boke drachen fels der fahrt durch das graue gebirge aha echt danke captain obvios das gibt kopfschmerzen so guten tag ja einfach mal durchschnitzeln ja sieht man voll lauter blut spritzern gar nichts mehr oh das war jetzt aber gesnipet so verdammt das ist ja ein kommandant ja aber überrannt und so zack schickes schicker mond vor allem hinter dem grünen grün wie die offnung nachkommen jetzt möchte ich mal für genommen das ist das was nein ja tatsächlich sieht man erst den kommandanten hier runter ja wo ist sie denn wo ist ein lauburg lauburg seite unten links ja die brücke ist kaputt schön ich denke mal wir müssen hier runter naja von hier kommen gegner das ist schon mal eine gute richtung wo ist denn jetzt die giftrat oder ist sie schon tot ich habe keine ahnung ich glaube da sollten wir nicht runterspringen vielleicht müssen wir in die andere richtung hier ist ein tunnel ne alles klar wobei hinter uns gerade eine fette rattenambi ankommt vielleicht sollten wir uns erstmal um hinten kümmern die rache von hinten ja richtig wobei die baggen da irgendwie so den den weg runter ich wollte gerade sagen die laufen da jetzt nicht ganz so schnell runter komm jetzt geht mir nicht auf den senkel so das muss reichen dann hinein hoher nager kommen auch durch gestein und fels hier sind wir uns gerade holzfüßler genannt oh je irgendwo läuft hier eine wettling rum ich las gerade was zum wettling irgendwie sind die gänge hier sehr verwinkelt hier ist munition foliand äh hast du den mitgenommen nimmst du den nimmst du den ja ich halte mich einfach mal unnützerweise so nehme ich den folianden und dann ist gut einer von dreien wo auch immer die anderen beiden sein mögen ähm hier geht es glaube ich lang wir haben auch schon verdammt lange keinen folianden mehr gefunden achso in den letzten levels ja ist schon etwas länger her das stimmt ja ich habe die rätling gun erschossen sehr gut ja komm so ist weg genau verbandszeug oh patrouille oh patrouille aber sowas warte mal wir haben mal eine brandbombe rein nein da ist alles stärker dran na gut dann klopp ich drauf ein immerhin auch gut oh hier schön in der mitte schön blut hier schon liegt einer in der mitte hier wohl ja weil in diesem spiel noch nicht genug blut fließt ist jetzt hier auch noch ein see aus blut und das klingt nach einem troll ja 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 hier äh ne ogre kraften ogre woher seid ihr denn würdest du das wirklich wissen hinter dir was hinter mir ja ja wir reden gerade über ein ogre und du saß plötzlich hinter mir das ist nie gut ich wollte dich einfach nur triggern achso ich hätte gerade panisch eine bombe in deine richtung werfen können nun gut dass du es nicht getan hast ach hier ist noch eine truhe und wieder alter wie viel verbandszeug gibt es denn hier die gehen wohl davon aus dass man hier öfter mal ähm die gehen davon aus dass wir eigentlich schon dreimal hätten sterben müssen vor allem gelangt ins innere von burg drachenfeld sind wir nicht schon drin das sind wahrscheinlich nur die zuwege guten tag oh ja das hört sich wieder gut an das klang nach einem rat nur an was mit der truhe kann man den nicht aufmachen ich möchte hier durch naja wo ist er denn da ist er da ist er da ist er guten tag an bobber häng schön im feuer halten würde ich sagen da wieder knusprig wie man so schön sagt ein gebranntes kind hat knusprige finger ja korrekt na komm ach nö assassine jawoll auf mir oh der hat jetzt sehr gut ein bisschen viel an der ähm an seinem rundbogen gebracht glaube ich hebel umlegen das klingt immer gut besser wir legen den hebel um als der hebel legt uns um ja ja surprise motherfuckers oh hier ist ein kommandant findet den kelch ein kelch sie alle zu knechten hmm das ist hier wohl passiert erdgeschoss was erdgeschosswohnung ja mit blick auf den friedhof mit dem blick auf weitere erdgeschosse etwas zugig schön im sommer wenig angenehm im winter nein kein hässliches wo seid ihr eigentlich? hmmm da ist ganz hinten ok also ich bin ganz hinten da können wir drüber gehen es ist immer gut sich von der gruppe zu trennen habe ich gehört das ist korrekt nein assassin nein nein ah und plötzlich porteten sich die npcs zu mir gut sehr praktisch praktisch diese teleportationssachen wir kennen sie nicht sag mal wie seid ihr da hingekommen einfach hingelaufen ne würde ich sagen ganz einfach diese bucke ist zu groß ah ich glaube diese bucke ist zu groß sind es beide korrekt ah ich glaube ja ja doch ja doch du bist ja richtig und jetzt auch da über die barrikade laufen können das ist etwas kürzer gewesen erstmal durch die verbündeten durchschießen jawoll warte mal was ist denn hier so westflügel ah hier ist äh noch ein foliant ah oh wenn wir es jetzt schaffen beide folianten zu behalten dann können wir das erste mal seit langem mal mit mehr als null folianten ins ziel kommen ja kommst du mal nach links hier zur lore book seite ah ok hm gut genau ähm kann ja mal eben die lore book seite holen aber sonst die ist da ganz hinten versteckt hinter dem bild ich habe sie gefunden oh incoming oh aber mal so richtig jetzt habe ich keine bombe mehr schade woher sind die weißen schon tot ja ich stand ja grad daneben also hier war grad auf nem weg nua würd sagen wir gehen hier rüber das ist korrekt ich könnte hier runter gehen oh hu sexual u anticipating knot Mitten im Gang, einfach so. Der hält aber ganz schön viel aus wenn man im Nahkampf wegklopft. Schwede, was ist denn? Das ist bestimmt 10 Treffer ausgehalten. Kann nie wahr sein. Ja. Also ich hab jetzt mindestens schon 30.000 Kältchen gesehen. So. Dann müssen wir jetzt zurück. Oh, ich hab nur Redling. Die nächste. Jetzt ist sie weg. Hm, okay. Zurück war nicht die Antwort. Naja, ich glaub da geht's nicht hin. Also da kamen wir ja her. Auf jeden Fall sollten wir jetzt vielleicht gucken, dass wir zusammen bleiben. Irgendwie haben wir das große Talent uns zu trennen. Mhm. Fragen sie mir unauffällig. Kommen wir nicht von da? Ich hab keine Ahnung. Erdgeschoss. Hier waren wir schonmal. Ich glaube wir müssen eher hier hoch. Und dann rechts und dann wieder hoch. Oh. Echte Orientierungslosigkeit. Nun. Ach ja, das ähm. Das wird man hören. Und hier ist ne Sarkasse. Gigi. Erstmal Tür zu. Meinst du das bringt was? Oh. Ich glaub nicht dass das so sinnvoll war. Naja egal. Mach einfach durch. Jetzt ist hier Ruhe. Wir suchen doch nur den Kilch. Wir suchen doch nur den Kilch. Ja. Sehr gut. Ach komm. Was? Ist das dein Ernst? Oh Carillion du hast doch einen Bogen. Schieß doch mal. Das ist der mit dir. Ja läuft bei dir. Ach guck an. Hat uns an uns hinterher gelaufen. So. Jetzt aber. Ja. Das läuft ja gut. Super gut. Oh Bombe. Oh leere Truhe. Hm. Schade. Hier sind noch Ratten. Also hier waren wir noch nicht. Oh Moment. Nein. Nicht da. Ach hier. Ok. Wie schön die Reste der Tür noch auswählbar auf dem Boden lag. Ich heil mich mal eben und dann nehm ich den Folianten wieder mit. Ja. Mach das. Auch wenn ich. Wenn das hier gewastet ist. Aber. Hier liegt so viel Heilung rum. Irgendwie. Äh. Hier liegt doch mal Heilung. Alles verfehlen. Ja es ist hier. Extrem. Problem. Oh was ist denn hier los. Ich würde sagen Party. Zack. Ja. Ah Munition. Nice. Endlos Munition. Forza Wind. Ich würde sagen wir müssen hier runter ja. Geheimgang. Geheimgang. Das hört sich richtig an. Wenn man irgendwo hin möchte. Geheimgänge. Für Menschen mit Ziel. Was machst du da jetzt? Alles klar. Das sieht mir nach. Ah. Inneres Heiligtun. Aha. Das sieht sehr nach einem Bossweil aus. Nimm die Statuette. Nimm die Statuette auf. Äh. Achso. Achso. Wir müssen die Statuette dahin stellen. Ok. Ja. Genau. Äh. Wir machen das diesmal. Ich folge dir unauffällig. Du nimmst die Statue und ich beschütze dich. Ja. Ich hab gerade nur geguckt. Ich hab keine Ahnung wo die da in der Mitte ist. Also eine ist da rechts irgendwo. Ja. Also ich weiß wo sie ungefähr stehen. Aber nicht wo sie genau stehen. Oh. Oh. Ja. Alles klar. Patrouille. Gönnt euch. Leute. Gönnt euch. Ist das gut wenn die NPCs hier rüber kommen könnten. Die sind schon hier. Achso. Ach. Ja ok. Zu mir ist der Zwerg. Ja den Zwerg kann man ja auch schnell übersetzen. Nein. Gasratte. Jawoll. Ich hab die Statue. Nein. Noch mehr kommen wir dann. Boah. Jawoll. Schön getriggert hier. Soll man vielleicht die Statue mal besser kurz weg. Na gut. Alter Schwede. Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt ist aber hier ordentlich knuskert. Äh. Ich glaub ich spring direkt mal runter. Ja. Sag mal. Oh. Mal. Lass das. Nein. Fuck. Nein. Warum muss da jetzt ausgerechnet jetzt ne Redling kommen. Fuck. Ja. 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 Ich bin halt so ungefähr tot. Na komm 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 komm. Nein. Nein. Eine Sekunde früher. Schütz mich. Ich lauf jetzt mal los. Sehr gut. So. Alles klar Leute. Leider bin ich fast tot. Ja. Ich bin eigentlich ja tot. So. Keine Ahnung. Ja. Da kommt. Naja. Man muss ne andern weg laufen. Ich glaub du musst. Ich würd sagen wir holen erstmal die von links. Ich glaub auch. Oh. Kommandant. Kommandant Ten. Von hier. Das wär aber auch unnötiger Weise. Boah. Alter. Der Power Schlag von denen bricht halt auch über jeden Block. So hier. Die zweite Statue ist auf dem Weg. Diesmal springe ich nicht und sterbe ich. Ja. Das ist richtig. Schützt mich. Oh. Alter. Was ist denn hier los. Oh. Ich hab noch so irgendwas. Nein. So ein Packmaster. Nein. Was sagen wo rennt er denn. Genau. Ein schöner rennt. Ne aber sowas. Hä. 3 von 3. Cool. Ach eine war schon platziert. Aha. Ok. Ist das gut oder ist das vielleicht. Oder haben die NPCs das zu uns gemacht. Ah das ist der Kelch. Ich bin auch fast tot. Ich auch. Nein. Ich bin tot. Ich hab den Kelch. Und wir. Entkommt. Jawohl. Und ich bin tot. Geil. Geil. Wiederbelebt. Ok. Oh. Sollte man da. Ich hoffe man sollte da runter. Ok. Mal Munition erfüllen. Sollte man da. Ich hoffe man sollte da runter. Ok. Mal Munition erfüllen. Wenn es mir nichts bringt. Ah Halt rum. Simple. Volianten. So. Lauf. Hm. Ich denke wir müssen hier her. Ich schätze auch. Das sieht ganz gut aus. Einfach durch mein Endkommandant. Nein. Assassine. Ah der Assassine sitzt auf mir. Alter. Wie lange sticht der denn rum? Hallo? Ja. Das war jetzt irgendwie total unnötig. Gewastet. Irgendwie. 70% meiner Lebenspunkte durch diesen einen Assassinen verloren. Top. Ah. GG. Vor allem wenn du ihn vorher noch siehst und anfängst ihn zu beschießen oder anzugreifen und er dich trotzdem nutzt. Das ist immer geil. Nein. Trolololololololol. Ich pack groß gern. Nein. Noch ein Lass das hier. Ist das euer Ernst? Ah. Ist gut. Direkt. Ah komm. Schnetzeln. Ja. Hier sind Tränke. Danke. Ich brauche jetzt auch. Ich brauche jetzt auch. Der Schnetzelt da schon wieder rum. Mensch 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 Kinas. Leicht umsingelt. Schluck des Elends. Das klingt doch vielversprechend. Da ist der Wagen. Ich sehe ihn. Lauf. Da ist der Wagen. Ich muss mir noch ein Stärke dran nehmen. Kann ja nicht schaden. Lauf dir Narren. Alter. Was ist denn jetzt hier noch los? Durch Schnetzeln. Ist jetzt hier mal gut. So. Mach mal zu die Karre. Ja. Jawohl. Läuft. Schwerer Diebstahl. Und wir haben zwei Folianten ins Ziel gerettet. Das ist nice. Ja. Ich weiß gar nicht ob wir mehr. Also ob wir jetzt mehr als zwei schaffen würden. Wenn wir. Ja es gibt drei. Und wir sind zu zweit. Das ist halt irgendwie so. Ja richtig. Also ob die NPCs das auch machen würden. Also ob die NPCs auch was mitnehmen würden. Das meine ich. Ich glaube nicht. Ja dann. Wenn es jetzt keinen geilen Loot gibt. Dann muss ich aber auch nicht. Fünf Gabel Würfel und zwei relativ nette Würfel. Oh ich sehe schon wieder kommen. Ein Zauberstab für die Zauberin. Aha. Ich habe nur ein so ein Sonderdingen. Toll. Tatsächlich ein Zauberstab. Seng der Stab des Flammenmeers. Ich meine die mögen ja vielleicht ganz geil sein irgendwo. Aber. Aber. Ich habe einen Zweihandhammer für den Zwerg. Achja. Sehr gut. Gut. Da war das jetzt eine etwas kürzere Folge. Weil noch eine Folge. Also jetzt noch ein Level anfangen. Lohnt sich glaube ich nicht. Ich würde sagen. Etwas knapp werden bei uns. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Mission. Ja. Und damit bis dahin. Dann mitribe. Ich komme ja. Also jetzt geht's bei mir. Man145 cree.